Ariru's nukleare Powerzelle mit Marshmallow Fluff In der futuristischen Küche des Kronos Kochstudios präsentierte Ariru ihr neuestes kulinarisches Meisterwerk, die nukleare Powerzelle mit Marshmallow Fluff. Die nukleare Powerzelle ist ein leuchtendes Gelee, das in Neonfarben schimmert. Es wird aus einer speziellen Mischung von Fruchtsäften und einem geheimen Leuchtstoff hergestellt. Umgeben wird die Powerzelle von einem luftigen Marshmallow Fluff, der fast zu schweben scheint. Er wird aus frischen Marshmallows, Vanille und einer Prise Salz hergestellt. Ariru empfiehlt, das Gericht auf einem spiegelnden Silbertablett zu servieren, um die Leuchtkraft der Powerzelle zu maximieren. Ein kleines UV-Spotlight lässt das Gericht im Dunkeln leuchten. Beim ersten Bissen erlebt man eine Explosion von Süße und Säure, perfekt ausgeglichen durch den Marshmallow Fluff. Die Kombination aus dem kühlen, leuchtenden Gelee und dem warmen, flauschigen Fluff ist ein wahres Geschmackserlebnis. Ariru's nukleare Powerzelle mit Marshmallow Fluff ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein kulinarisches. Das perfekte Dessert für alle, die nach einem futuristischen und dennoch köstlichen Geschmackserlebnis suchen. Ein Muss für jeden Besucher des Kronos Kochstudios.